Moin und herzlich willkommen zu Daily's Wargaming World, mein Kanal, auf dem ich euch mein Hobby präsentiere. Heute ist das Thema Farben, ihr seht es schon, ich habe hier einen schönen Farbständer, wo ich alle meine Farben drin habe und wollte einfach ein bisschen mit euch über meine Erfahrungen mit verschiedenen Farbtönen sprechen, wie ich sie verwendet habe, was ich daran mag, welche ich vielleicht eher schwierig finde und habe das Ganze heute mit dem Thema Gelb gemacht. Gelb gibt es grundsätzlich von Citadel und ich benutze eigentlich nur die Citadel Farben, gar nicht so viele verschiedene Töne, viele Layer, die habe ich auf der linken Seite, zwei Base Farben habe ich, eine Dry, ein Shade, ein Glaze und eine Kontrast Farbe. Und dann gehen wir doch da jetzt einmal durch. Das, ich würde sagen, standardmäßigste Gelb ist das Avalon Summer Sunset. Das ist ein Base, das heißt sehr gut decken grundsätzlich. Ich würde mal sagen, es ist ein mattes Gelb. Es ist nicht sehr leuchtend gelb, sondern es ist eigentlich einfach ein schön grundlegendes Gelb. Ich habe jetzt hier mal einen Lanzknecht, der Bretonne, wo man schön gegen das Schwarz habe ich das hier gemacht. Also man sieht trotz dem, dass es eine Base Farbe ist, ganz leichte Schattierung. Das finde ich jetzt nicht schlimm, weil so sieht man es kaum noch. Aber man sieht hier grundsätzlich, hier hinten habe ich es dann nochmal mit einem Shading drüber. Einfach ein sehr einfaches Gelb. Das war mein erstes Gelb, was ich hier hatte, beziehungsweise da hatte ich noch die Vorgänger-Version in dem ersten Farbpaket, was ich noch damals von Games Workshop gekauft habe, gut verwendbar. Das zweite Base, das ich habe, ist eigentlich ein Layer. Hm, ich habe gar kein Base mehr. Okay, ich habe nur ein gelbes Base. Dann gehen wir doch einmal die Layer durch. So, als erstes zur Mesi Desert. Würde ich euch jetzt gerne mal zeigen, das ist ein helleres, aber auch sehr mattes, also nicht sehr rötlich wie das hier oder nicht sehr glänzend. Habe ich aber noch nie verwendet. Man sieht es hier noch, zu. Habe ich mir letztens erst gekauft, wollte ich demnächst mal benutzen. Gelb ist jetzt nicht so was, sondern so häufig benutzt. Jetzt machen wir heute mal die feierliche Eröffnung und öffnen die Farbe. Das ist auf jeden Fall schön glatte Farbe, keine Klümpchen drin. Das probiere ich demnächst mal aus. So, dann meine, sage ich mal, Standard beiden Layer gelb. Das ist einmal das Uriel Yellow, ein bisschen dunkler, ein bisschen fast ins rötliche. Und das Flash Giz Yellow, das ist wirklich das sozusagen hellste, grellste Gelb. Wenn wir uns das mal angucken, das Flash Giz hier auf einem bretonischen Ritter, das ist knallig. Also das knallt sofort rein. Sehr leuchtend, finde ich jetzt für einen Ritter gerade extrem passend. Kann man aber auch bei anderen hellen Armeen, Imperium könnte man das mal verwenden. Für Hochelfen habe ich schon mal verwendet. Oder auch für Highlights zum Beispiel, auch für Augen kann man es benutzen von solchen Bestien. Insofern wirklich extrem schönes, helles, leuchtendes Gelb. Das andere ist das Uriel Yellow. Kann ich euch hier mal zeigen an meinem Hochelfischen Sonnendrachen. Da habe ich das hier auf die Flügel gemacht, jetzt auch ohne irgendwelche Shades drüber. Man sieht, das blendet sehr schön mit jägigen Rottönen ein, weil es, wie gesagt, so einen leichten, fast rötlichen Touch hat. Geht noch nicht in solche Branchen, aber es harmoniert einfach sehr gut. Das Flash Giz wäre da sehr stärker vom Kontrast. Insofern fand ich das hier besser mit dem Uriel. Hier unten ist wahrscheinlich auch das Uriel. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist zu lange hell. Hier oben habe ich es auf jeden Fall gefunden. Das sind so meine beiden Layer. Dann haben wir noch einen Edge Ton. Edge hieß das früher. Ich glaube, heutzutage sind es auch einfach Layer. Es gibt aber einfach noch Dawn Yellow als Layer. Edge Töne waren explizit ganz helle Töne, die man eigentlich nur für das Highlighten benutzt. Das benutze ich häufig für sehr hellblonde Haare von Elfen. Zum Beispiel hier. Das ist eine Waldläuferin der Waldelfen. Übrigens kein Games Workshop Modell, sondern von Dark Sword Miniatures. Da habe ich, das war eine Schwarzgrundierung, sehr stark drüber gerieben. Sodass man in der Tiefe noch das Dunkle hat, wie Schatten. Und oben eben schön die Haare fallen, ohne dass man extra mit einem Shade nochmal drüber gehen müsste. Das sind wirklich sehr leuchtende, blonde, hellfische Haare. Das kann man auch gut kombinieren mit dem Nastrack Yellow. Das hatte ich mir mal gekauft, als die Contrasts neu auf den Markt kamen. Da habe ich gedacht, gelb habe ich noch nicht so viel, kaufe ich mir das mal. Habe das mal versucht auf eine schwarze Grundierung zu malen. Und habe dann festgestellt, das war ziemlich doof. Weil es bringt überhaupt nichts. Also das auf einer schwarzen Grundierung sieht man so gut wie gar nicht. Beziehungsweise man muss das irgendwie so dick drauf machen, dass fast die Figur wegläuft. Aber auf anderen, je Gelbtöne, kommt das sehr gut raus. Das sieht man jetzt hier. Ich habe das Dawn Yellow genommen für die grundsätzlichen Haare. Bin dann mit dem Nastrack Yellow drüber gegangen. Und das finde ich, sieht als Haareffekt einfach sehr gut aus. Es hat Struktur, es ist so ein bisschen dunklos, blond, teilweise ins Bräunliche rübergehend. Ja, finde ich persönlich eine ganz coole Kombo. Man kann das Nastrack Yellow auch direkt auf weiß verwenden. Da habe ich einmal einen schönen Greifen hier. Das war einfach weiß grundiert und da bin ich dann mit dem Nastrack drüber gegangen. Man sieht bei diesen Kontrastfarben, die legen sich sehr schön in tiefe Räume ab. Die sind ja auch dafür gemacht, ich sage mal für den faulen Maler, der einfach nur eine Schicht Farbe drüber machen will und dann eigentlich schon Strukturen hat. Also nicht mit einem Layer, einem Base und einem Shade drüber, sondern einfach eine Schicht. Und ich muss auch sagen, ist gelungen. Also für so einen Löwenkörper von dem Dreif wirkt es einfach sehr gut. Es hat viel Struktur, es ist aufregend. Bei solchen Strukturen ist immer, je näher man guckt, desto eher denkt man, das ist aber ein komischer Fleck hier. Aber je mehr man weiter weg geht, finde ich, sieht das ganz gut aus. Was ich jetzt hier in dem Fall auch gemacht habe, ich bin ganz leicht mit dem Hexos Pale Sun. Das ist der gelbe Dry Ton, also Trockenbürsten, extrem hell, der ist auch sehr fest. Wenn man mal reinguckt, sieht man, der schwimmt nicht, der steht. Den nimmt man mit einem Worstenpinsel oder einem Trockenbürstpinsel und da bin ich dann auch hier nochmal leicht drüber gegangen, so ein bisschen Highlights noch zu machen. Hat ganz gut funktioniert. Das Nastrack Yellow habe ich auch nochmal auf ein anderes Gelb, auf das Avalent, genommen, das ich am Anfang hatte, das Base, hier bei dem imperialen Reifen. Da sieht man, das ist dann einfach insgesamt ein bisschen noch dunkler. Und was ich euch auch nochmal zeigen wollte, hier die Clown habe ich auch mit dem Avalent Sunset gemacht und dann einfach mit einem schwarzen Sherry, dem Nallen Oil, drüber gegangen. Und ja, das finde ich sieht dann auch ganz gut aus. Sonst ist das Gelb manchmal ein bisschen kompliziert. So, jetzt haben wir noch zwei Farbtöne hier oben drin. Das eine ist der echte gelbe Shade. Also ich hätte ja fast das Nastrack schon als eine Art Shade benutzt. Das hier ist Casandora Yellow, der offizielle gelbe Shade. Würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe aber ehrlicherweise keine einzige Figur gefunden, wo ich mir erinnert habe, dass ich das benutzt habe. Das ist eher speziell, weil es fast ins Rötliche geht oder ins Orangene, sieht man ja auch. Finde ich nicht so einfach anzuwenden. Das muss schon sehr gut passen. Also wenn man jetzt wirklich einfach nur ein dunkleres Gelb haben will, also wie jetzt zum Beispiel hier bei den Clown von dem Greif, dann verwende ich eigentlich eher direkt das schwarze Shade anstatt dem gelben Shade. Ja, man sieht ja auch noch fast voll. Also das muss man sich überlegen. Und das letzte, da habe ich auch kein Beispiel, weil ich es immer nur zum Highlighten benutze. Lamentous Yellow Glaze. Diese Farben gibt es auch nicht mehr. Die gab es früher immer von Games Workshop in Grün, Rot, Blau etc. Die sind sehr schön, um einfach nochmal ein kleines Highlighting am Ende zu machen. Zum Beispiel auf einer Klinge drauf, dann wirkt die ein bisschen gelb oder ähnlichem, glänzt. Heute gibt es noch Technical Farben, wo man aus jeder Farbe theoretisch so etwas mixen kann. Habe ich persönlich noch nicht gemacht, weil ich habe ja noch Glazes von jedem Farbton. Das war der große Ausflug in die gelbe Landschaft von Citadel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentiert gerne, was eure Lieblingsgelbtöle sind oder auch gerne andere Farben. Und ich hoffe, euch das nächste Mal wieder begrüßen können. Danke, es ist euer JD.